Jemand bestätigt? Noch eine Runde? Oh Gott. Ich glaube, das Beste kommt zum Schluss. Ich werde gleich reinsetzen. Da macht man so viele Runden. Das war jämmerlich. Zoll. Ah, gut. Dann muss ich mal los. Dann muss ich noch so viel leben. Ich habe auch noch viel leben. Den holen wir uns. Los, den holen wir uns. Schlägerei. Aua. Aua! Na kommst du nicht hoch! Steig aus und verkloppt die! Ich glaube die sind länger unten. Ich glaube wir gewinnen wieder. Ah, wir haben gewonnen. Auf jeden Fall, weil Zeitüberstreitung, wenn man unten ist. Okay. So, nächste Runde. Ja, wir haben gewonnen. Und diesmal wollen wir erstmal mehr Leute einladen. Dazu. Jetzt. Vielleicht bekommen. 10 Leute wieder mit dabei. Das ist wieder so unterschiedlich. Das ist schon voll normal. Jemand nicht bestätigt? So jetzt. Was ist das denn? Wo sind wir denn jetzt? Leute einladen, 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 einladen. Erstmal ablaufen lassen. Ja, das war ein schönes Spiel gerade. Aber meins ist leider besser. Wenn man runter fliegt, stirbt man auch eigentlich gleich sofort. Und hier. Und hier. Das war Panto. Langweilig Panto. Ihr kennt ja mein Panto-Spiel. Panto-Party. Findet man auch unter Rockstar bei mir. Könnt ihr einen Link mal gucken. Und euch mal die Deadmatches anschauen, die ich erstellt habe. Jetzt habt ihr schon 3 Stück oder so. 2 sind gut. Sehr gut davon. Ein Labyrinth. Und eben das mit den Pantos. Habe ich noch ein anderes. Normales Deadmatch auf der Insel. Auch ganz. Nicht so schlecht. Ja. Und das werden wir aber auch demnächst machen. Eine Titelverteidigung. Genau. In dieses Deadmatch. Ja. Und. Okay. Dann. Fang mal an. Fang mal ruhig an. Fang mal an. Warte nur noch die paar Sekunden. Dann sind wir wieder 11 Spieler. Ahja. Das ist ja nämlich was anderes. Nämlich was anderes. Aber was nämlich? Glückhaft. Gerade noch so. Geschafft. Oh. Niemand berührt sich. Ähm. Ist mal ausgeschaltet. Das ist ja. Es ist ja. Man denkt so. Irgendwann. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Schlecht. Oh. Ich bin so schlecht im Rennen. Das glaubt ihr nicht. Aber siebt da schon. Aber siebt da schon. Da kommen schon die. Ja. Die. Die. Nee. 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 Man kann die gar nicht so ran. Wirklich. Komm. Nur nicht. Was ist denn? Hierrum. Achter. 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 Ich hasse sowas. Neunter. Ich bin so schlecht, Mann. Das ist so scheiße. So behindert, ey. Das glaubt mir nicht. Dafür bin ich in Deadmatch besser. Hat den ersten Platz der schon da? Wo leben wir denn? In Metten oder was? Sind wir bei den Hotten Totten? Ja, bestimmt. Unglaublich. Guck mal, der fliegt sogar da rüber. So blöd. Marco guckt zu. Ja, guck mir mal zu. Was ist das denn? Gut, dass er rückwärts fallen kann. Aber auch fährwärts. Ich hab noch viele Konzepte. Noch sehr viele Konzepte. Jetzt kommen erstmal die nächsten paar raus. Hopp. Oh, schön. Hier war ich noch nie, hier oben. Interessant. Der Zehnter, ey. Wieder Zehnter, Mann. Zehnter. Zehnter. Ja. Oh ne, schlecht. Da unten lang. Was ist das? Was haben die hier gemacht? Ja. Ah, komm. Ich bin. Ah. Ja. Vielen Dank.